Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Enderrill, Skyrim, Skyrim, Enderrill, wie ihr wollt. Und wir werden heute ARK untersuchen und dafür werden wir zuerst mit dir sprechen. Madame, habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Wenn du Geld hast. Klar. Äh, ihr seid Händler, richtig? Zeigt mir euer Angebot. Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher über, die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Äh, was? Hä? Was willst du denn? Handwerkskunst, äh... Ihr verschenkt... Ihr verschenkt eure Ware. Wo ist da der Haken? Es gibt keinen. Zufriedene Kunden kehren wieder. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch erst mal von der einwandfreien Qualität meiner Waren überzeugt habt, werdet ihr in eurem ganzen Leben keinen anderen Händler mehr sprechen wollen. Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, Alchemie, Verzauberung, Handwerkskunst... Sehr schön. Sagt... Wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Es gibt keinen Haken. Nein, nein, nein. Und was meint ihr? Wohnt braucht Hilfe. Machen wir's kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Und warum genau interessiert mich eure Familiengeschichte? Sie interessiert euch, weil sie für unsere Zusammenarbeit unabdinglich ist. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich, das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die, naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Ähm... Nur, dass ich verstehe. Eure Schwester verpasst euer Geld für ihre Sucht. Nun, genau genommen ist es unser Geld. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld. Aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt. Okay. Lass mich raten, du bist bankrott, weil du gerne Sachen verschenkst. Sie ist eine Staubschnupferin. Was meint ihr damit? Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Wins. Warum stellt ihr dir nicht einfach die Stadtgarde ein? Das könnte ich. Aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Vatür es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Rallata hat dort unten das Sagen. Und das weiß Sila ganz genau. Und wo ist das Problem? Warum fragt ihr sie nicht einfach? Hahaha. Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld? Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass sie ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Na gut, ich helfe euch. Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Okay. Teile und Herrsche. Aktorhaus. Zeug mir dein Angebot. Oh, natürlich. Was hast du denn für Bücher? Lehrling. Lehrlingsbuch, Schleichen, Schlossknacken, Leuchterrüstung, Fernkampf. Fernkampf. Das war's schon. So, jetzt muss ich aber auch Sachen bei mir verkaufen. Huch, das... Ja, schon, ich kann hier lesen. Ja, ist gut. Zurück. Nein. Was? Oh, natürlich. So, Sachen verkaufen. Hier wollte ich doch landen. Zack, zack. Oh. Eisenschwerterflamme war derzeit mein Schwert, ne? Alles gut. Jetzt überlegt, ob ich jetzt vielleicht nicht zu viel verkauft habe. Alte Robe. Zauber benötigen sieben Prozent weniger. Ah ja, komm, scheiß drauf. Schwere Rüstung verbessern brauche ich auch nicht. Magie habe ich schon, oder nicht? Ich behalte es mal. Das ist gar nicht ausgerüstet, oder? So, ein bisschen Gold hast du noch, ne? Ja, komm, hier. Nimm die ganze Scheiße. Wahrscheinlich war das nichts wert. Ich habe nicht drauf geachtet. So, ähm... Ich habe jetzt zwei, ich habe drei eingesammelt, oder nicht? Oder war der einst ein Hühnei? Egal. Nein, ich habe das Salz verkauft. Fuck. Ach, shit. Egal, ich kaufe es mit euch. Ja, ich weiß. So, was haben wir hier? Drogenbeschwören? Gut, dann vielleicht noch ein paar Tränke verkaufen. Was sagt ihr dazu? Ausdauer, schwere Rüstung. Äh... Schockschaden. Schock. Brauche ich alles gar nicht. Ausdauer, Ausdauer, Feuerschutz. Alles kaum was wert, ne? Äh, Krankheitsteiltrank, behalte ich definitiv. Magieschutztrank, brauche ich nicht. Morgen, was regeneriert? Ausdauer? Nö, äh. Brauche ich auch nicht. Perfekt. Na gut, den haben wir jetzt abgezogen. Alles gut. Dankeschön. War mir eine Ehre, dich beklaut zu haben. Ach man, das geht nicht. Egal. Objekte, Büchers. Wo sind die Büchers? Hier war das doch, oder? Lehrlingsbuch. Fernkampf. Boom, boom. 29, 24. Handwerksbuch. Verbessert Schmiedekunst für Lehrlinge. Ich weiß noch nicht, ob ich auf Schmiedekunst gehen möchte. Deswegen lasse ich es erstmal. So, dann gehen wir einfach mal hier rein. So, dann haben wir unseren Fernkampf nochmal ordentlich verbessert. Können wir den Schaden hier schon ansehen, den wir jetzt machen? Klick mich. Ich hab mich verklickt. Ah. Schleichen. Ah, okay. Immer noch 10. Na gut. Dann wird nicht. Hallo, ich schleiche hier durch die Gegend. Ich bin friedlich. Ich speicher. Du bist jetzt zum Clown. Oh. Ich hoffe, dich umzudrehen. Sei nicht intelligenter als die in Skyrim. Danke. Ich hätte zu schlagen können, als ich noch die Möglichkeit hatte. Alter, hör auf, mich anzugucken. Nein. Steck fest. Bleibt stehen auf der Stelle. Ihr habt gegen das Gesetz verstoßen. Und das bleibt... Was? Ich bin geschlichen. Warum ist das verboten? Zu schleichen, oder was? Bullshit. Das halt nicht. Nägel. Hahaha. Okay. Wir dürfen nicht schleichen, ansonsten werden wir erwischt. Das haben die echt nett programmiert. Respekt an euch. Na gut. Gehen wir raus. Raus. Oh, was haben wir denn da? Uh. Uh. Hihihi. Stopp. Wir sind durch mit dem Gebäude. Ich muss einfach alles beklauen. Es tut mir leid. Es ist alles meins. Alles meins. Und jetzt gehen wir am besten Richtung Unterstadt. Äh. Ich möchte am besten so Mission für Mission durchgehen. Ich finde, wenn man zu viele Missionen auf einmal annimmt, kommt man aus dem Spiel raus. Also, dass wir quasi nicht mehr wissen, um was es in der Mission geht. Deswegen möchte ich es gerne einzeln machen. Das ist mir schon ein Träumchen. Wo bin ich denn? Ähm. Naja. Es ist doch immer selten. Okay, gehen wir hier rein. Wenn wir die Quest sagen, wir sollen hier reingehen, dann gehen wir natürlich da rein. Und klauen ein bisschen. Was haben wir denn hier? Oh, hallo. Werkbank. Ich kann einfach nur ein Lederhelm machen. Hier geht es noch nach oben zum Fremdenviertel. Dann gehen wir da halt mal lang. Das ist viel zu groß hier. Wow. Der Wahnsinn. Vielen Dank, dass ihr das ins Spiel reingetan habt. Wow. Da sagt er mir meine Quest. Wo soll ich denn? Hä? Okay. Meine Quest sagt, ich soll runter. Ist klar. Ist klar. Wie benötigt die Schlüssel? Da bin ich doch rausgekommen. Hä? Oder bin ich hier rausgekommen? Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich doch einfach verarschen. Ich spring jetzt runter. Darauf geschissen. Gut, dann gehen wir halt hier rein. Ich hab den Marktplatz gesehen. Was wird da wohl alles klauen können? Oh, hi. Was darf's sein? Was gibt's hier Interessantes? Außer meinen Waren, meint ihr? Nein, im Ernst. Hier ist es ziemlich ruhig. Malphus sei Dank. In letzter Zeit muss man ja fast damit rechnen, unmittelbar vor der eigenen Haustür überfallen zu werden. Verfluchte Briganten, wirklich? Das ist doch alles Wahnsinn. Okay. Du verkaufst mir also Salz und so ein Kram wahrscheinlich, ne? Alchemiezeugs halt. Hast du auch hier was zum Klauen? Nur mal so gefragt. Ich will nichts klauen. Nein, nein, nein. Würde ich nie tun. Hallöchen. Expertentruhe. Eure Fähigkeiten reichen nicht aus. Oh, dafür reicht's aber aus. Expertentruhe, Alter. Was geht mit euch ab? Das Leben des Torgan. Wisperzunge. Band 4. Ich nehm mal einen raus. Ich hab nichts geklaut. Wirklich. Versprochen. Bin weg. Da läuft er mir einfach hinterher. Was für ne Kackpratze. Da vertraut er mir nicht. Wie kann man mir nicht vertrauen? Ganz ehrlich. Das geht gar nicht. Hi. Was ist denn das für eine Rüstung, die ihr da tragt? Das nennt sich... Kleid. Ist das nicht schick? Okay. Verfolgen wir mal die Quest. Was ist denn das für eine Rüstung, die ihr da tragt? Ja, ja, ja. Schicki Miki-Brot. Schreitet wohl. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen. Lange werdet ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Warum? Nein. Gut. Dann einen wunderschönen Tag auch. Sonnen... Oh. Gut. Dann einen wunderschönen Tag auch. Okay. Ihr könnt von dem Betrieb einer Galerie leben. Hier ist sie. Die Frage, auf die wir alle gewartet haben. Ja. Wir können davon leben. Beziehungsweise konnten es. Selbst auf einem starkköpfigen Land wie Enderal gibt es Menschen, die Kunst schätzen und bereit sind, für ein gutes Gemälde zu zahlen. Brot! So, 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 deine Augen sind merkwürdig. Sonderlich motiviert klingt dir ja nicht. Nein, ich... Ach, es ist doch eigentlich sowieso egal. Mein Gefährte denkt, zusammen durch Ark zu laufen und willkürlich irgendwelche Leute anzusprechen, würde irgendetwas ändern. Aber das ist doch einfach idiotisch. Wie lange werde ich, äh, dafür... Lange werde ich nicht mehr dafür haben? Was meint ihr damit? Schließt ihr? Wenn uns die goldene Sichel die nächsten Tage nicht zufällig ein Fassgroschen vor die Tür stellt, dann ja, höchstwahrscheinlich. Wisst ihr es? Ach, seien wir doch mal ehrlich. Enderal ist ein Loch, wenn es um Kunst und Kultur geht. Auf Kile reißen sich die Reichen gegenseitig die Gemälde aus der Hand. Hier hat man Glück, wenn man davon sein täglich Brot verdienen kann. Tja, und seit meine Mutter sich entschlossen hat, ihren Briefboten durch eine Prise Luft zu ersetzen, ist unsere einzige halbwegs stetige Einnahmequelle auch versiegt. Eure Mutter ist Malerin? Oh ja, und was für eine, das muss man ihr bei all ihrer... Besonderheit lassen. Sie hat Erhabene aus dem Arca-Oberviertel porträtiert. Und das auf eine Art und Weise, die ich nie verstehen werde. Wie meint ihr das? Was an den Bildern ist so besonders? Das ist schwer zu beschreiben. Sie hatten einfach etwas unglaublich... Intensives an sich. Das trifft's vermutlich am besten. Deshalb wollte sich auch irgendwann jeder Adelige, der halbwegs was auf sich hielt, ein Bildnis von ihr malen lassen. Und war auch bereit, eine Menge dafür hinzublättern, was natürlich gut für uns war. Ihr meint, ihr habt den Kontakt zu eurer Mutter verloren? Wie meint ihr das? Naja, so wie ich es eben sagte. Seit einem Monat hört man nichts mehr von ihr. Und Gemälde schickt sie uns auch nicht mehr. Und falls ihr euch fragt, warum wir sie nicht einfach besuchen... Meine Mutter war schon immer etwas... seltsam, was sich auch in ihrem Wohnort widerspiegelt. Sie lebt im Düstertal. Wisst ihr, ich komme wieder rum. Hm, vielleicht könnt ihr euch bei eurer Mutter mal nach dem Rechten sehen. Das würdet ihr tun? Ich, ähm... Ja, das wäre natürlich großartig. Aber ich warne euch gleich vor. Ich kann euch keinen Sold oder etwas bezahlen. Ähm... Vielleicht kann eure Mutter ja ein paar Groschen locker machen. Hm, ja, vielleicht kann sie das. Einen Versuch ist es wert. Meine Mutter und ich haben nicht das beste Verhältnis. Aber trotzdem. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ihr habt eine Karte bei euch, ja? Zeigt mal her. So, da in etwa dürfte die Hütte sein. Glaube ich zumindest. Ich bin keine Kartografin. Also dann... Viel Erfolg und... Bleibt am Leben. Und... Danke. Ja, ja, solange ich Geld kriege, ist mir das alles egal. So, ich will jetzt gar nicht so viele Leute ansprechen. Nur wenn ich angesprochen werde, werde ich die Quest annehmen. Marktplatz? Wie groß ist das denn hier? Alter. Wenn es hier doch so ein Unterviertel gibt, wo die ganzen Armen wohnen... Wir werden das öfteren hier vorbeischauen. So viel kann ich euch sagen. Alter, schön. Wie ist das crazy. Entdeckt ein Enderela eine Magiebegabung in sich, steht der Verrückter. Okay. Cool. Marktplatz. Gemüse. Ja. Na dann. Alles frisch von der Bauernküste. Hahaha. Man muss eben verarbeiten, bis dahin zu erreichen. Oh, Geld. Das hab ich gerochen. So. Wie kommen wir jetzt ins Unterviertel? Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Südviertel. Ihr wollt mich doch verarschen. Was geht denn hier ab? Wie groß ist denn das hier? Also will ich auch nicht hier 50.000 Jahre rumhängen und jetzt alle ansprechen. Deswegen werden wir nach und nach die Quests annehmen und nach und nach vollenden. Das ist der Plan. Hm? Myradenturm. Perfekt. Moment mal. Ne, ist alles doch richtig. Unterstadt. Halleluja. Alter Schwede. Das kann dauern, bis wir da durch sind. Das kann ich euch sagen. Aber ich freu mich, dass das Spiel tatsächlich länger ist als gedacht. Ich hab eigentlich gedacht, wir kriegen da maximal 20, 30 Folgen hin. Aber es wird mehr. Und die Unterstadt wird richtig cool. Ich liebe es, unter der Erde zu leben. Aber ich liebe es auch, ganz oben zu leben. So eine Stadt unter der Erde fand ich schon damals in Skyrim cool. Oh. Oh. Holy shit. Okay. Das Würgen und Kotzen beeinträchtigt zwar gerade ein bisschen die Aussicht. Ist das geil. Ist das geil. Alter. Willst du mir sagen, ich schaffe es, Berge hochzubacken, aber nicht eine Kiste? Das halte ich für ein Gerücht. Ha. Äh. Ach. Verzeihung, Mr. Zaun. Wusste nicht, dass die da sind. Oh. Okay, hier sind verdammt viele Alphawände. Einen Groschen, Madame. Bitte nur einen. Ich kann ihm gerne helfen, wenn du willst. Okay. Ich kann dir leider nicht helfen, es tut mir leid. Aber ich kann die Ratten für euch vernichten. Ich bin ein guter Mensch. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Kein Problem, mach ich doch gerne. Hier, kriegst du nochmal ein Zehner. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Ja, ja. Ist okay. Ich glaube, dem geht es auch nicht mehr so gut. Das haben die richtig cool hier gemacht. Gleich die Ratte auffressen, ne? Er hat mir den Pfeil geklaut. Willkommen im falschen Hund. Das hört sich ja schon mal sehr positiv an. Doch was uns da erwartet, Freunde, das erfahren wir wohl erst morgen. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Pechgrube. Zorgbaren und Söhne. Überall Werbung. Na ja. Na ja. So ist das. Ich bin noch nie. Ich bin noch nicht mehr.